Good morning in the morning. Heute Türchen Nummer 9. Gewonnen, der Gewinner kommt heute davor, ist der Daniel Dilger. Herzlichen Glückwunsch Daniel und jetzt schauen wir uns mal an, was du gewinnt. Und zwar ist das ein Wäsche Set der Firma Craft. Wert liegt bei 80 Euro. Ideal zum Skifahren, einfach nur zum drunterziehen, zum Wandern oder bei der Fasted kannst du auch drunterziehen. Meldest dich bei uns, kommst vorbei, holst ab. Liebe Grüße, Nico ist laufend.